denn sie sind leicht ab halten mehr auf ihr fragt euch warum mit dem stimmten mal wieder ich will mit dem wir machen für ihn für preis normal drehen wer hat den stream ermöglichen aber wird gebraucht die war einfach dann kann doch drauf doch nicht darum ja wenn es so ja gut aber hier ist halt so ich selber möchte euch das ermöglichen dass falls ihr nicht beim live event dabei seid dass ihr es einfach nur sehen könnt und zwar live ich war ein kleid und ja das will ich ja das wollte hier gerade nicht ich guck gerade ob man ja man stream läuft noch ich hoffe es bleibt auch noch so weil es nur noch 40 Minuten dann beginnt ich kann hier reden dann beginnt das live event und ich bin gehypt kann man sagen ich bin wirklich gehypt also wir machen die 20 minuten die 40 minuten halte ganze zeit wort und ja die monster wenn ihr für die monster seit wann das hier ist das wahre das hier ist das wahre nicht die monster verstanden team Roboter hoffe ich jedenfalls für euch dass ihr Team Roboter seid weil Team Roboter wird definitiv gewinnen weil auch wenn der Roboter versagen sollte dann kommen noch ein paar andere Leute und zwar vielleicht dann helfen wir dem Roboter einfach das Monster zur Strecke zu bringen das ist mir gerade so wurscht wir machen jetzt noch die Runde dann bin ich kurz weg das heißt es kann ganz kurz kann es sein dass ich nicht rede und ich finde diese Hacke einfach die will ich aber ich bekomme sie nicht weil ich wahrscheinlich die Welt item ist wenn ihr es wisst schreibt und in die Kommentare dann bau Leute Da ist der Riesen-Roboter. Nur, dass ich ihn wissen. Hier, der Riesen-Roboter. Von dem hab ich schon Respekt. Komm, 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 komm. Dankeschön. Nee, Leute, das nervt. Ich geh. Tschüss, 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 tschüss. Nein, nervt mich nicht. Gemein. Leute, noch mehr Fake, noch's ging, geht doch nicht, oder? Leute, ich komm gleich wieder. Ich komm, 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 komm. Weiter geht's. Ich lass mich marker. Meine Uhr ist anders, wichtig. Ich sag einfach, pani. Die Schlag ist anders. Aber ich geschweig, die Schlag. esf. und diese Schlag. thì ich hu, weh? ля. Ich sag mich für das Schlag. Ich glaub nicht, ich schweige, Ich habe dich ganzes Rind für das Spielbetreuer. Und ich bin, lactobisch. Ich bin mir selber. Vielen Dank. 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 Ah, wir haben 7 Uhr 27. Okay. Vielen Dank. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall gemein. Das ist auf jeden Fall. 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 Mal rüber. Das ist auf jeden Fall. 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 Das sind auf jeden Fall. das teilzunehmen aber ich habe meistens nebenbei als ding spotify aber ich kann halt nicht spotify hören und stream und da ich mir dachte ich habe lange nicht mehr geschrieben ich bin ich mal wieder ich bereue es auf jeden fall nicht ich bereue es überhaupt nicht dass ich streaming von spotify in meinem hobby oder Das war's. Das war's. Das war's. die die Namen sind ich kann in den Namen von den Zuschauern zutzt mir leid aber leider 23 Minuten geht nicht noch ich hab den Safe geschafft aber ah ja aber ja doch an der Kälte wir wollen ja dann kassieren warum jetzt da auch noch weil ich nicht die Nachricht gleich vor ich glaube du bist ja, ne du warst nicht der, oder? Ich glaube ich weiß wer du bist, ne der bist du auf jeden Fall nicht wo ich denke, aber ich glaube schon, also dein Name war mir auf jeden Fall schon was, dass du von Luke kommst, halt von Segan, ich liebe es mit der Pickaxe einfach die Gegner dann zu kloppen. Das ist das Beste, wo man machen kann. Wo ist der? 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 Was! Kacke. Egal. Ich hab wenigstens hinbekommen. Ich bin aber seitlich runter. Ah egal. Warte mal, ich guck kurz was. Sorry Leute, dass ihr nichts seht, aber ich guck kurz was. Ich bin gerade am Nachgucken. Scheiß Freundeslüfte, öffne dich doch. Ich guck gerade einfach. Also ich kann noch nachgucken. So. Noch noch. So weшь jetzt? Hm. So. 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 Oh. Komisch aber egal. Egal, Korn. Leider. The showdown. The final showdown ist drin. Leider, ich bin gehypt. Und ihr? Ich bin einfach gehypt. Der neue Monos ist drin. Ich join direkt rein. Falls ihr auch gehypt seid, schreibt in den Chat. Schreibt Hype in den Chat. Hashtag Hype. Was? Ich muss kurz wohin gehen. Warte, Leute. Ich muss kurz wohin. Warte, Leute. Aua. 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 Leute, Hashtag Hype! Leider, wir können ja unendlich fliegen. Wie geil ist das bitte? Ja, wirklich wie geil! So geil! Das ist unnumal! Leute! Ich gehe gleich wieder! Ich kann jetzt ganz kurz... ... 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 Mal. Das war's. 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 no, das war's. Das war'S. Das war's. 역. Kommt! Kommt! Robo! Nein! Nein! Oh mein Gott! Leute, war's das? Nee, das kann's nicht gewesen sein. Das ist das Taste nicht. Wir lachen erstmal hier oben auf der Hilfsplattform. Nee! Er hat's besiegt, oder? Er hat's besiegt! Nein! Nein! Er hat's besiegt! Oh mein Gott! oh tot hin da hin da net net Oh crap! Oh mein Gott. Also, also, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so schwer von. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. oh oh wf oh ich das 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 also ich war noch das Monster ei 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 alter alter Schwede das heißt die Statua ganze Zeit schwer ja ua 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 N-T-netz D-T-T-T-T-T-T D-T-T-T-T-T-T D-T-T-T-T-T-T-T-T Na, ich nehme mal kurz einen anderen Skin Mal gucken wie ich von einem männlichen aufhebe D-Ted-T-T ich weiß nicht er sieht geil aus kann ich sagen aber ich weiß nicht ich weiß nicht er sieht cool aus ich weiß aber nicht ich weiß nicht also mein bruder holt fast wegen dessen ja gut ich weiß das hier probiere ich auf jeden fall mitzuholen vielleicht das hier auch noch dann habe ich 6 oder die was dann habe ich den also ich würde sagen wenn das hier wenn ja wenn wenn ich so ein taste of cards bekommen würden wenn man 20 oder 100 zähne man kann halt nur 20 oder kaufen dann würde ich die hier ich werde es mir nicht holen und leute ich bin gehypt das war es aber auch mit dem stream für das event und leute einfach nur geil und hau rein und tschau leute